Kinder, haltet mal die Schnauze. Wir sagen doch gar nichts. Yo, lasst uns mal fett was phrasen. Rondo grunzt schon wieder. Und du sitzt neben mir. Ich mag dich und ich mag dich. Wir werden bestimmt beste Freunde. Ähm, Percy, wer ist eigentlich der Typ da mit den langen schwarzen Haaren? Was haben sie gesagt? Puh, puh, puh. Ach so.